Ich glaube, jetzt holen sie wieder Luft. Jetzt riecht die Außeroberfläche durch den Scheiß. Das ist echt wie so ein Spiegel. Krasse Krallen. Das kann bis zu 50 Kilo schwer werden. Das ist voll geknettet. Mach doch den Eindruck. Das kann voll beißen. Das ist auch böse. Das kann ich auch sehr oft machen. Die Ecke zu sehr... ...komm her, komm her. Jetzt kommt die auch mal rein. Vielen Dank.